So, ich wünsche euch allen guten Abend. Ich darf euch mal zu eurer Aufmerksamkeit bitten. Und zwar, wenn ihr deutschlandweit die erste Lichterkette gegen deutschen Feindlichkeit organisiert, nachdem es ja schon zahlreiche Lichterketten gibt gegen Ausländerfeindlichkeit, findet jetzt hier in Stuttgart die erste gegen deutschen Feindlichkeit statt. Wir sind das Bündnis deutscher Patrioten. Täglich kämpfen wir für unsere Heimat, Kultur und Tradition. Wir wehren uns gegen Ungerechtigkeit und falsche Heuchler. In den letzten Tagen halten sich die Meldungen über barbarische, verbrechene Deutschen und brutal abgestochene Jugendliche in Hamburg, über gewaltigte Frauen in Bremen oder abgestochene Männer in Freiburg. Wir zeigen uns solidarisch mit diesen Opfern der Gewalt von Migranten. Wir kämpfen auch für euch. Die Liste dieser Taten wird täglich länger und nimmt Ausmaße an, wo wir uns wehren müssen. Wir müssen endlich sagen, wir wollen diese Leute nicht mehr bei uns haben. Bekennen wir uns solidarisch mit all den Opfern körperlicher und psychischer Gewalt in Deutschland. Nicht vergessen, wir werden auch in eurem Namen für ein sicheres Deutschland kämpfen. Heimat, Freiheit, Tradition, Multikultivität. Heimat, Freiheit, Tradition, Multikultivität. Bekennen wir uns auf die Station. Bekennen wir uns auf die Station. Bekennen wir uns auf die Station. énergie, mit đội nennen wir uns auf die Station. fertilariamente wehren eigentlich déjà été westen 1ン4,420,580,680,660,786,7white, fl частьspeichericherichericherichericherichericherichericherichericherichericherichericherichericherichericherichericherhanter Vielen Dank.